Diktate aus dem deutschen Schrifttum Brüder Grimm Der Schatz Es hat auf eine Zeit einem geträumt, er solle gen Regensburg gehen auf die Brücke. Da solle er reich werden. Er ist auch hingegangen, und als er einen Tag oder vierzehn dort gegangen war, ist ein reicher Kaufmann zu ihm gekommen, der sich wunderte, was er alle Tage auf der Brücke mache, und ihn fragte, was er da suche. Dieser antwortete, es hat mir geträumt, ich solle gen Regensburg auf die Brücke gehen, da würde ich reich werden. Ach, sagte der Kaufmann, was redest du von Träumen? Träume sind Schäume und Lügen. Mir hat auch geträumt, dass unter jenem großen Baume, und er zeigte ihm den Baum, ein großer Kessel mit Geld begraben sei. Aber ich achte seiner nicht, denn Träume sind Schäume. Da ging der andere hin, grub unter dem Baum, fand einen großen Schatz, der ihn reich machte, und sein Traum wurde ihm bestätigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017